Guten Morgen, liebe Schüler. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Wir haben einen neuen Schüler in unserer Klasse. Das ist Martin. Martin kommt aus Amerika. Er macht einen Austausch in Deutschland und ist für ein paar Monate hier. Hallo Leute. Ich freue mich darüber, hier zu sein. Entschuldigt bitte, mein Deutsch ist noch nicht so gut. Wir freuen uns darüber, dass du hier bist, Martin. Setz dich bitte hin, dann können wir mit dem Unterricht beginnen. Lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Morgen müsst ihr alle einen Vortrag halten. Es geht um euren Lieblingsfilm. Ihr müsst ihn kurz vorstellen. Der Vortrag soll nur 5 Minuten dauern. Das schafft ihr auf jeden Fall. Ein paar Stunden später. Woher genau kommst du, Martin? Ich komme aus Cleveland, Ohio. Wie cool. Und was machst du hier in Deutschland? Ich mache einen Austausch. Ich bin für ein paar Monate hier. Ich möge in Deutschland sehr. Vor allem die Kultur und das Essen. Aber manchmal, ich habe etwas Probleme mit der Sprache. Das schaffst du schon. Ansonsten helfen wir dir. Einen Tag später. Hallo, Leute. Gehen ihr hier auch zur Schule? Was ist mit dem? Warum redet der so komisch? Keine Ahnung. Vielleicht ist er einfach zu blöd. Lerne erst einmal richtig deutsch, bevor du mit uns sprichst. Hey, ihr da. Lasst ihn in Ruhe. Er kann nichts dafür. Komm, Martin. Wir gehen zum Unterricht. Wir müssen unseren Vortrag halten. Also, Martin. Erzähl uns etwas über deinen Lieblingsfilm. Also, mein Lieblingsfilm sein. Es ist ein Film mit Tom Cruise. Es geht um ein Abenteuer mit seinen Freunden. Am Ende gewinnt er gegen die bösen Leute. Es tut mir leid, Martin. Aber dafür kann ich dir leider keine gute Note geben. Ich mache dir einen Vorschlag. Du darfst den Vortrag in ein paar Wochen noch einmal halten. Dann kannst du deine Note verbessern. Ist alles okay bei dir, Martin? Naja, ich habe mir echt Mühe bei dem Vortrag gegeben. Über eine gute Note hätte ich mich sehr gefreut. Das kann ich verstehen. Komm, wir haben jetzt Sportunterricht. Danach geht es dir bestimmt besser. Samuel, du spielst Martin den Ball zu. Martin, du musst nach links laufen. Dann kannst du ein Tor schießen. Martin, du musst nach links laufen. Ich habe dir gesagt, dass du nach links laufen sollst, nicht nach rechts. Es tut mir leid, ich habe sie nicht richtig verstanden. Das darf nicht noch einmal passieren. Nächste Woche haben wir ein wichtiges Spiel. Das war nicht deine Schuld, Martin. Ich habe den Trainer auch nicht gut verstanden. Danke, Samuel. Du bist wirklich sehr nett. Aber du weißt nicht, wie das ist. Ich kann die Leute nicht richtig verstehen. Und ich kann nicht sagen, was ich will. Doch, ich weiß, wie das ist. Ich komme aus Südafrika. Ich musste Deutsch auch lernen. Aber du sprichst perfekt und ohne Akzent. Wie hast du das geschafft? Komm mit. Ich zeige dir, wie ich das gemacht habe. Also, Samuel, wie hast du so schnell Deutsch gelernt? Ich habe dafür BOSU benutzt. Was ist denn BOSU? BOSU ist eine Plattform, mit der du Deutsch lernen kannst. Okay, und wie funktioniert das? Du kannst dich einfach kostenlos anmelden. Ich möchte für ein verlängertes Wochenende in den Schwarzwald fahren. Endlich können wir nach dem langen Lockdown wieder an die Ostsee fahren. Wir wollen Anfang Juni für vier Tage in den Schwarzwald fahren. Cool, wie finde ich BOSU? Es gibt einen Link in der Videobeschreibung. Super, ich werde es gleich ausprobieren. Ein paar Wochen später. Hallo Freunde, wie geht es euch? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Ich habe Fußball gespielt und Freunde getroffen. Außerdem habe ich ein Buch gelesen und ich bin auf ein Konzert gegangen. Krass Mann, der spricht voll gut Deutsch. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Respekt, das ist nicht einfach. Du hast wirklich viel gelernt. Samuel, du spielst wieder zu Martin. Martin, du musst nach links laufen. Bitte lauf nicht nach rechts, sondern nach links. Dann können wir das Spiel gewinnen. Jawohl, wir haben ein Tor geschossen. Samuel, Martin, das habt ihr sehr gut gemacht. Wir haben das Spiel gewonnen. Also Martin, hier ist deine zweite Chance. Bitte erzähl uns etwas über deinen Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm heißt Mission Impossible. Er ist mit Tom Cruise. Der Film geht fast drei Stunden. Er ist wirklich sehr spannend. Am Ende gewinnt das Team von Tom Cruise gegen die bösen Leute. Sehr gut gemacht, Martin. Wow, das war wirklich super. Dafür bekommst du die beste Note. Das war wirklich ein guter Vortrag, Martin. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Samuel. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Dort wurde er von einem Muttersprachler kontrolliert. Wie cool, das kannte ich noch gar nicht. Ich muss mich bei dir bedanken, Samuel. Du hast mir wirklich geholfen. Ach, das habe ich gerne gemacht. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt. Ich habe den Text gestern in die Bursu-Community geschickt.